BR 2018 Oh, der war perfekt. Ey, Vicky, komm, lass uns gleich weiter Frisbee spielen. Hast du kurz eine Sekunde, dass wir einmal quatschen können? Komm, dann setze ich hier mal ganz kurz. Ich muss nämlich mit dir sprechen, weil das, was du mit Leonie gemacht hast, das mit dem Nacktbaden, das ist meiner Meinung nach, ja, es geht einfach gar nicht. Du weißt doch ganz genau, dass sie da Komplexe hat. Dir liegt wirklich was an Leonie, hm? Ich weiß es nicht genau. Du musst dir ehrlich sein, ich hab dich anbelungen. Hast du es so gemacht? Ich wollte nicht, dass du bei Leonie überdachtest, ich wollte, dass du bei mir bist. Warum? Ich kann verstehen, wenn du jetzt wirklich auch nicht mal mit mir abhängen wirst oder irgendwas, ich weiß es auch komplett falsch, aber... Du und Leonie, ihr würdet das sowieso nicht miteinander. Also, es würde nicht passen. Ich mein, Leonies Herz ist gebrochen. Sie braucht jemanden, der sie erfüllt, der für sie da ist. Und du, du willst einfach nur das Körperliche, was auch vollkommen okay ist. Ich mein, du hattest es ja noch nicht, aber es würde einfach nicht passen. Ich muss wirklich sagen, vielleicht hast du einfach recht, aber dann brauche ich ja jemand anderes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.